Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge REACH MODE Tobias, sag alle Teilbots Mama, bist du just? Mama, Mama, Mama Meine Periode Boah, sieht aus wie viel Östrogen oder was? Die Map erinnert mich an schlimme Zeiten Das gerade nicht verstanden, oder? Ne, habe ich auch kein Bock für Ich habe nicht so gestrug Ist das Hormon für die Weib Für die Weib aufweckte ich Was? Läuf Was? Äh, Diener, Diener hat mich getötet, Diener Okay, ich krieg da gar nix gebacken Ich pack auch noch mal, wir sind nix Ich krieg, ich krieg Ich koch nur Na, ich bin so dumm Ach ne Der erste Shot war gerade so verkackt Aha, ich hab dich getötet Fass 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 Aber wie kann das sein Ist egal, ich werde egal, ich werde egal, ich werde egal, ich werde egal, ich fass Fass Meine Stimme Sieht was schwecken was Warte Ich fick mich sowieso Ich hab grad leg Ja genau Ja genau Alter verdammt als ich hab 70 ich glaubt nicht das von der wand ab ist irgendwie neu oder ist irgendwie alt oder ich habe mich von dahinten weg und deine mutter stinkt nach fisch Tobias hast du mich was zu bei die fresse alter hätte der mich jetzt noch mal wichne oh mein gott ich hätte so geschrien ich hab 100 punkte und bin zweitletzter das erinnert mich an dieses wer das video noch nicht auf facebook gesehen hat dazu der muss ich das unbedingt reinziehen das ist einfach nur bombe ich werde mich recht das weißt du rennt er weg der pissen der pissen zum pissen bringt jesus christ genau alter ja klar klar das war ein heck Warum rett dem Kreis diese Uhr? Neeein! Warum? Aber du Iihijobi Alter Cap hoch Lass uns mal cappen, Leute das ist die ultimative taktik ich habe gar kein loch Hä? Alter von wo? Lol. HANNES! Zum Wichser! Hannes soll sich seinen eigenen Kock blasen. Ah! Du sogar noch, ne? Ja, weißt du? Das könnte ich sogar lieber auf YouPorn hochladen. Hä? Hä? Ich bin gerade so dämlich gestoffen. Du weißt? Du weißt? OH! AHHHHH! NICHT ALWIEDER! Bis zu wieviel Minuten geht das? Ey, Mr. Allwissens! Bis zu wieviel Minuten geht das? Hätte ich den jetzt nicht gekriegt, ne? Dann wärst du scheiße. Wird du das letzte? Es geht jetzt mal kurz eine Nachricht an den lieben Hannes. Halt die Frisse. Nicht brillen. Hannes? Die Folge ist vorbei. Tschüss. Er kommt wieder sehen. Hannes! Du kannst... Du kannst... MIR... MEINEN FÄHNEN KORN LÜTZEN! Das hat mir behindert. Mann! So! Jetzt noch ne zweite Runde. Das war ne 5 Minuten Runde. Jetzt go! Oh! Die Folge wird mindestens 10 Minuten lang, damit die Leute auch was von haben, ne? Ja, von Krebs, Ohrenkrebs, Augenschmalz, Nasentumor. Augenschmalz! Ja, was ist das denn jetzt? Ja, was ist das denn jetzt? Ich wurd' gekickt, John Neu. Und einem Premium Platz zu machen, wirst du gekriegt sein. Ich weiß nicht wieso ich lache, aber ich lache. Das darfst du nicht rausschneiden. Lachen zwischen den Runden. Mach ich doch nicht. Das ist gesundes Lachen. Mein Arzt. Du auch. Ja, bevor die nächste Runde anfängt, vor der Pause, die wir gerade haben, schreibst du ein schwarzes Bildschirm, lachen für zwischendurch. Ah, warte. Du kennst ja noch, du kennst ja noch bestimmt Dennis Oding, ne? Also ein Kollege von mir. Ja, in seiner Klasse. Weil du was die machen. Die machen die ganze Klasse. Wenn die ganze Klasse leise ist, während der Zeichenunterricht. Komm, da waren wir eher so. So richtig behindert auch Husten. Alter, von wo wurde ich wieder getötet? Fick dich doch. Ich war es nicht. LOL. Ist das eine Battlefield-Map? Ja. Kann ich jetzt? Ja. Glauben nicht, der Kran, wo die meisten Bilder einen Slapper nehmen. Das war so ein geiler Schuss. Oh, du Wichser. Du Wichser. Was denn? Drei, zwei, eins. Was? 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 Jetzt aber. Ah, das warst du. Deswegen habe ich die Runde gezählt. Drei, zwei. Dieser Hecht, ne? Ah, der heißt so. Was? Oh, nee. Wer war das? Stenny. Hey, Stenny. Wo ist deine Mutter von mir? Alter. Was? Die gehen wir alle auf den Pisser. Hat er ein bisschen behindert? Die gehen wir alle auf den Pisser. Oh. LOL. Hä? Wie hab ich... Hä? Wie hab ich den denn bekommen? LOL. Was? Was? Sie hat der mich bekommen grad? LOL. Gabel Schnappler 2.0. Oh, nee. Das war grad echt. 3, 2, 1. Nein. Alter. Nein. Nein. Ich wurde von hinten ge... Nein. Ich wurde wieder... Angeschossen. Du hast die Axt einfach weggeflogen. So. So. Warte, warte. Ich zeig das grad so. Warte, so. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ne, die, die Weisheit des Tages nie stehen bleiben. Eine Regel. Ah. Ne, eine Wefel. Eine Regel-Blutung. Alter, Spaß. Was ist da los? Alter. Was ist da's? Ich hab 90 Punkte. Ah, ne. Obwohl. Das sind sie schon... Ja, ho, ho. Komm nicht wieder weinen, wenn du dich aufregst. Der Skiller ist wieder unterwegs. Lars, ich weiß, dass du mich gerade geschossen hast. Er von zwei Seiten. Oh, ich hab Doppelkill bekommen. Ich bin der Erste. Hä, er kennt mich doch, Leute. Ich bin der Erste. Ja, jetzt ja. ALTER, willst du mich verarschen? Boah, das war gerade voll der coole Rhythmus. Willst du mich verarschen? Was ist denn wieder? Was? Wie kann das sein, du kleiner Hacker? Der kleine Hacker ist wieder unterwegs. Meine Autoretten. Ich tomahawk den jetzt eiskalt. Mit meinem ganzen Skill. Oh, hier Tomahawk. Bin wo? Ich verpiss mich. Die gehen immer alle auf mich. Sagen euch ja klar. Christopher Hund. Christopher Hund. Boah, typical kill. Boah, Caller. Was ist das für ein Name? I, did, 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 did mal vier. I, did, 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 ah, du Unterstrich mach sie mal. Okay, das Aer Death. Ich bin da Taron. gewonnen. Jetzt. Oh. da war das war doch was oder leute ich mache ich den slow motion ja klar alter gedrückt die flachwitz challenge das glaube ich nicht nicht voll erhalb der voll verfehlt nee ich habe schon halbiert nicht stieg alter ein abholter war kaputt bekommen ich kann aber nicht verstehen wie einen rate und einfach mal ein buch wenn man nennt das ist das ist so als würdest du ein einfach mal so die aussage dass das nicht mal gibt ein waffenspanner ja und es gibt doch keinen guten tobias ich bin ja das war es leute wenn ich die folge gefallen hat könnt ihr natürlich meinem video einen daumen nach meinem daumen ein video nach oben lassen und natürlich meinen kanal abonnieren wenn du nicht mehr verpassen wollte zu selber kanal gibt es nicht in meiner video beschreibung und wir sehen uns bis zur nächsten folge dann sagen wir beide tschüssi